So, ach ja, kem morgen, oh man, mal kurz reinschauen, es wurde zerstört, oh man, na Roche, jetzt wir dir auch nochmal alles anschauen, ach man, das letzte Mal, ja, wir haben hier so viel das erlebt, hm, tja, leider sind die Läucher nicht da zum Looten, hm, ach man, okay, ach, was ist denn da noch? Lambert, bist du das, okay, der ist noch da, war sie für die Reise bereit, hm, geht's dir gut Tja, einen haben wir schon mal getötet, wem mal hier nicht was Ah, du auch Oh man Und wo ist es, gell, ist auch hier Ach man Ja, noch den letzten Loot mitnehmen Wer weiß, was sich hier dann einniestet Wenn die drei weg sind Tja, Eskel scheint schon weg zu sein Ach man Ach man So, noch alles retten hier Hm, ich glaube, hier war ich noch gar nicht In dieser Abteilung Ach ja, damals beim ersten Teil Mussten wir hier durch Ein Heilungstrank für Tristbrauen Mussten hier, da oben Die Zutaten sammeln und Salamandra verprügeln Ach ja Können wir durch, schön Tja Ich glaube, da unten ins Labor können wir nicht gehen Das scheint abgeschlossen zu sein Da, wo dieser Leonard, Leonidas, keine Ahnung Gestorben ist Ich habe leider seinen Namen vergessen Okay Es hat wohl einer zugemacht von denen Schade Ach ja Ach ja Hier war das Da Können wir da rein Ach schade Ist abgeschlossen Wurde leider nicht eingebaut im Spiel Hm Tja Ach und war hier nicht auch Tjeje Das mit diesem mal einen Abend Ach ja Tja Das war auch eine schöne Erinnerung Tja Tja wieder ein paar wasserflaschen kann ich immer gebrauchen ganz wichtig das messer retten vor den späteren plünderern und hier noch alles retten in unserer rosentasche ist alles sicher oder was hier gut ich habe letztes mal schon nachgeschaut beides verschlossen genau na schade ich hätte gerne noch mal da rein geschaut nach so vielen jahren so dass er muss ja jenes zimmer sein was sie besetzt hat aber das sind die frage ist das so weit entfernt wie hat die das mitbekommen dass wir solche dinge tun ich meine selbst wenn wir durch ein megafon schreien würden würde man es hier noch knapp hören egal nicht hinterfragen so mache ich aber trotzdem gut so okay das hätten wir mal diesen teil haben wir denn hier noch etwas aber ich habe da noch was gesehen irgendwo da ja und es gescheint weg zu sein ist schon gegangen ich hoffe wir sehen ihn noch wieder so gut ich hoffe das ist nicht ein reiseproviant wenn ja dann sorry tja okay so viel holy shit waren das schon damals da und ich habe sie ignoriert wie kann ich nur ach okay das ist noch eine tür interessant so so viel zeug okay da habe ich wohl nur halbherzig gelootet definitiv so so tier ist nix gar nix okay dann wieder runter so da ist noch etwas so so okay wo führt denn diese tür hin ist abgeschlossen okay schade schade ist unser lager okay so so hier können wir hin oder auch nicht okay ist ja toll hm okay so so hm da kommt er dich rum dankeschön dankeschön so gut okay es geht es leider schon weg hm okay glaube ich habe hier alles gut dann können wir uns jetzt verabschieden mach es gut Lambert hoffentlich sehen wir uns wieder irgendwann schön aufgestapelt gefällt mir so was haben wir denn hier noch okay okay hm so 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 und halt hm 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 na schön dann fangen wir mal an draußen zu erkunden ok tja ok das andere ist da drüben gut dann mal los hm hm was haben wir denn hier als erstes hütte am see hütte am see gut fangen wir erstmal hier oben an das kommt zuerst hier sonst nur berg da könnte was sein aber andererseits gut vielleicht hier dem fluss folgen falls es geht gut dann kommt das zuerst und dann geht es da hin ok ähm so dahin oder wo war das jetzt meh ich bin verwirrt ja das wurde zugemacht das ist was anderes hä ok ne es wurde doch na toll ok es wurde repariert dieses loch hm gut dann halt vielleicht auch draußen hm hm gut da unten haben wir das hier und das mit dem fluss folgen gut dann fangen wir hier an da draußen so wir machen hier das ganze Feuer an hier hin hm hm mhm mhm hm da drüben tja In diese Richtung, ok Ist da oben Ah ok Dann erstmal da hin So Ok, können wir raufklettern, gut Scheint schonmal ein offizieller Weg zu sein Irgendwie Außer Geralt Will nicht Jetzt wir verarschen, ok, stopp, 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 nein AAAAAAAH So, jetzt schön vorsichtig Würdest du da mal bitte hochgehen Ich will zu diesem Turm Ok, da drüben ist ein Feuer, interessant Ok, sonst geht es ja nicht weiter Jetzt stecke ich fest Toll Warum willst du dich da nicht festhalten Ach man, ich will zu dieser Ruine da oben Warum kannst du da nicht klettern Hier kannst du es ja Ok, scheiss drauf Gut Lassen wir das Nein, nicht rutschen, lass das Stopp, stopp, stopp Och, ok Da kommen wir leider nicht hin Geralt will nicht klettern Hm Ok Na, vielleicht hier in dieser Richtung Hör mal auf zu rutschen, Mann Gut, du musst da hingehen Hier hoch Ach Warum ist das hier kein Skyrim, wo man so klettern kann Ah gut, vergiss es, der kommt da nicht hoch Nicht auf diese Art Vielleicht wenn er hier springen würde Tut aber nicht Ach Mann Da oben ist ein Weg, ok, ich muss irgendwie da hin Wo ist dieser scheiss Weg Na so Ok, ich muss irgendwie da hoch Dann komme ich da hin Ja, mal auf zu rutschen, Mann Das nervt So Nein, keine Wölfe Geht weg Verzitt euch Ba, 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 ich rolle und rolle weg Das ist auch richtig Ah ja, ok Zum Turm, wie leer Na, endlich leer. Auf dem richtigen Weg. Okay. Interessant. Tja ja. Noch mehr. Oh, hui. Das war schön. Komm jetzt runter hier. So, komm her. Gut. So. Okay, was haben wir denn hier? Hm, Signalturm. Okay, interessant. Schön, dass der Geralt auch was sagt. Zu dieser Zeit. So. Hm. War das eine Truhe? Okay. Bestimmt da ein Schema, was wir suchen. Winterklinge. Das kommt mir bekannt vor. Ach ja, schön. Hm. Ach man, kein Morgen. Hm. Ja, diesen Fluss, da könnten wir folgen. Falls die Levelgrenze es zulässt. So. Hieronymus Notizen. Was ist das denn? Dank meiner Untersuchungen an Elgas Rüstung kann ich jetzt neue Legierungen entwickeln und die magische Konduktivität des zweiten Kristalls erhöhen. Das könnte für meine Arbeit am Teleport der Durchbruch sein. Als Testlauf habe ich das Portal so kalibriert, dass der Ausgang in der Höhle beim Fundament des Turms liegt. Jetzt muss ich nur noch den Kristall mit Sonnenenergie aufladen. Zu diesem Zweck habe ich ihn auf der Außenmauer des Turms bei der Einrüstung deponiert. In ein paar Stunden ist er aufgeladen. Ich habe meine Arbeit an einem Schema fertiggestellt, mit dem wir diese Rüstung replizieren und die gesamte Wolfsschule damit ausstatten können. Der Fund ist, Varin dem Fechtmeister zu verdanken. Doch ich weiß, der mit logischer Dekution und nur wenig magischer Unterstützung die Kammer entdeckte, in der Elgar resultiert haben muss. Kein Interessant. Der Raum war hinter einer primitiven Illusion verborgen. Ach. Man muss ja nur genau hinsehen, um hindurch zu blicken. Ich fand Notizen, aus denen hervorgeht, dass Elgar Schemas zur Verbesserung seiner Ausrüstung ausgearbeitet und dann aus Sicherheitsgründen an verschiedenen Orten in aller Welt versteckt hat. Nach sorgfältigem Studium der Notizen konnte ich einen Plan anlegen, wie diese Verbesserungen aufzufinden sind. Ich ging zum alten Wachtturm und gab Chiot den Plan. Sobald er mit dem Silberschwertschema fertig ist, wird er aufbrechen, um alle Schemas einzusammeln. Varin hat das Starnschwertschema fertiggestellt und wird nun mit der Herstellung der Klingen beginnen. Ich hoffe, er gibt sie den bedauernswerten Kerlen, die er ausbildet. Anständige Ausrüstung haben sie mindestens verdient, wenn sie schon die Schreckene dulden, die er als Übungen bezeichnet. Okay, bei den Klingen, das ist der Feuer am Horizont. Dort, wo der alte Wachtturm steht. Und was ist das für ein Lärm vor meinem Turm? Der Ausgang ist blockiert, was geht hier vor? Hm. Hm. Ich möchte etwas schauen. Interessant. Gewissensbisse. Entschuldigung schreiben, okay. Was ist denn hier los? Unäßliches Fragment. Wir alle machen Fehler. Denn Irren ist menschlich. Wichtig ist, nur aus Fehlern zu lernen. Geht etwas kaputt, muss man es reparieren. Und führt unser Fehler zu Schaden für jemanden, muss dieser für angegriffene Nerven und verlorene Zeit entschädigt werden. Deshalb entschuldigen wir uns und bitten um Vergebung. Wir wünschen euch nichts... Wir wünschen euch nichts Übles. C, Dö, P, R. Okay. Was ist hier passiert? Hm. Interessant. So. Schön vorsichtig. Was zum Teufel macht das denn hier? Ich glaube es hakt. Hier wo Hexer herrschen ist so ein Scheiß. Was zum Teufel? Haben die das hier angestellt? Hm. Und einer hat seine Handschuhe verloren. Irgendwo hier muss eine Illusion sein. Tja. Da ist die Frage wo. Könnte überall sein. Also bitte nicht rutschen. Danke. Hm. Interessant. Dann haben wir da was und dort. Okay. Hm. Na dann. Döne rutschen. Verdammt. Okay. Irgendwo hier lang. Da ist der Turm. Ein zerstörter. Okay. Hm. Haben wir denn hier etwas? Wo könnte denn hier die Illusion sein? Und vielleicht ist es ja mit der Quest verbunden, die wir erhalten haben. Könnte sein. Und was ist das hier? Was ist das denn für eine Festung? Hä? Bastion. Okay. Eine Bastion. Ist das hier die Wolfsschule? Wo hier ausgebildet wurde? Und was machst du hier? Ja, das sieht aber nicht gut aus hier. Was soll das? So, das hier ist ja all die gestorbenen Jungen. Die nicht die Prüfungen geschafft haben. Kräuterporbier oder so. Na los, komm her. Komm schon. Hier bin ich. Tja, ja. Tschüss. Okay, da ist noch eins. Was rumgeistert. Kommst du her. Hui. Tja, ja. So. Hm. Ich schätze das, was ich gesagt habe. Okay. Ach, die Lampe. Stimmt, die gibt's ja auch noch. Ganz vergessen. Wo sind die überhaupt? Wie mir das Bope macht über Menschen aus. Okay. Äh, die Lampe. Hm. Oh, könnte die sein. Ich weiß, was ist das Gegenstand. Äh. Hm. Moment. Die Lampe. Ja, nicht. Hm. Wo war denn das? Muss doch irgendwo sein. Und was zum Teufel habe ich denn hier alles? Okay, das kann ich auch noch eintauschen. Tja. Das habe ich auch immer noch. Okay, aber wo ist denn hier? Aha. Wo ist denn hier die Lampe? Oder hier vielleicht? Nee, es kann nicht sein. Hä? Hm. 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 Verdammt, wo ist denn diese Lampe? Ach, da bist du. Hör dir das zu. So, da bist du. Hm. Ist das ein Schwert oder ein Eggbeater? Streich von der Rüste. Streich von der Rüste, nicht dein Ellbogen. Wieder. Okay. Okay. Interessant. Erfahren wir jetzt hier die Geschichte. Hm. Okay. Tja. Okay, was haben wir denn hier? Ist nur das gewesen, okay. Was haben wir denn hier? Hm. Okay. Okay, ich hoffe wir haben wir kommen hier. Oh. Oh. Okay, dann. Jetzt mal den Rest erforschen. Toll, habe ich direkt direkt den richtigen Weg gefunden, ist ja toll. Äh, wie kommen wir jetzt hier runter? Wo waren wir denn hier? Wo waren wir denn hier? Wo waren wir denn hier? Wo waren wir denn jetzt hier? Wo waren wir denn jetzt hier? Glück gehabt. Ach, da war die, okay. Ähm. Da haben wir noch was, okay. Okay. Okay, der ist dann offenbar ein Arsch. Was nützt das hier? Wie man während dem Training stirbt, das macht keinen Sinn. Dann ist alles umsonst gewesen. Okay, der ist dann wohl dieser Junge, wie Geralt er schon entdeckt hat. Tja... Da unten noch, okay. Wir machen jetzt einen Lärm. Wölfe, okay. Sie haben Feuer ausgebrochen. Achso. Wolfsstahlschwert, Varins Tagebuch. Könnt ihr das lesen, bitte. So, Varin, das war doch dieser Schmied, oder? Oder Fechtmeister. Elkes Ausrüstung ist fantastisch. Das war mir schon klar, als ich sie fand. Ich habe gleich gesagt, dass das die Ausrüstung ist, die jede angehende Hexe erhalten sollte. Falls es uns ernst damit ist, aus diesem Haufen sinnvoller Schuljungen echte Hexe zu machen. Wie oft muss ich unseren ehrwürdigen Hausmagier noch auffordern, ein Schärflein zu einer gottbaren Zeit konkreter Arbeit zu widmen. Dieser Hausmagier ist so nützlich wie ein Frunkel am Hintern. Wenigstens sein Assistent Schiart hat Unkenntnisse in Metallurgie. Die beiden haben sich endlich an die Arbeit gemacht. Das Stahlschwertschema ist jetzt fertig. Wenn alles so stimmt, schmied ich morgen die erste Klinge. Niemand so verrückt, eine Fässung voller Hexen anzugreifen? Oh, okay. Hm. Könnte ein verrückter Bauern gewesen sein. Oder die Salamandra. Oh. Dann ist es mal zu lange her. Oh, okay. Okay. Das ist toll. Bastion ist hauntet von dem Geist eines Mannes, der hier trainiert hat und hier sterbt. Er braucht seine Räume. Vielleicht wird er dann weg. Okay. Machen wir. Na dann. Geben wir ihm seine letzte Ruhe. Tja. So. Hm. Tja. Auch hier ist Scheiße passiert. Wieder ein unnötiger Tod. Na gut, er wurde vom Bauern getötet. Hm. Oh Mann. Ich glaube die Überreste. Okay, warte mal. Ach. A horn? Something's happened. You're to hide. Wait till I come back. Yes, I know you've trained with swords. You're still shit with them. I want you behind those rocks and keep your mouth shut. Pitchfork. Now Massacre is complete without one. Ah Scheiße, Missgabeln. Sollte man alle verbrennen. Ah Scheiße, Bauern. Wo kommen die überhaupt her? Diese Teufelsbrut. Neue Erscheinungen. Was haben wir denn hier noch? Körper verbrennen. Take care, kid. Tja. Okay. Was soll denn der Scheiße? Wraiths. I'll try to stop me. Na, zu spät. Hab's schon gemacht. Autsch. So, Schluss jetzt. Hm. Tja, Ruhe und Frieden. So. Schön. Und die Sonne scheint. Gut. Na dann. So, was hätten wir. Da ist sonst nichts mehr. Gönnen wir mal hier nachschauen und dann so entlang gehen. Sonst sind hier ja nur Berge so weit, okay. So. Und die sind immer noch am gleichen Ort. Äh, ja. Okay. Gut. Na dann mal los. So.